Ja und somit ein echt herzliches Hallo wieder zu MotoGP17, liebe Freunde, hier aus Barcelona. Ich bin auf der 6 gelandet, Rossi nur auf der 12 und der Lukas Taylor schon wieder auf der 2. Das schaut nicht gut aus, aber wenn sich der jetzt so weiterentwickelt, ist er einfach vorne mit dabei und das ist jetzt nicht so geil, finde ich. Weiß ich, was da los ist, ist das bei euch auch? Motorrad und er selber noch nicht ganz ausentwickelt, ausentwickelt, fertig entwickelt und fährt auch schon vorne mit bei Marc Marquez und ich verstehe es nicht ganz. Habt ihr da auch die Erfahrung? Teilt mir das bitte mit. Ist wohl geil, unser Teamkollege, dass er da vorbei ist vorne, aber ja, ihr bestimmt das nicht, oder? Das ist nicht richtig. Gut, wir fahren trotzdem das Rennen, ist ja egal, soll halt vorne mitfahren. Was soll's? Irgendwann werden wir dann eh noch eine Saison... ...in... ...ja, lassen wir mal ausreden. ...das MotoGP-Rennen als siebtes Event auf dem Saisongalender. Wir werden dann auch die normale Karriere natürlich weiterspielen, wo wir noch die letzten Rennen in der Moto2 fahren müssen und dann schauen wir, wo wir uns... ...in der MotoGP dann ansiedeln werden. Das heißt, ihr könnt euch noch ein paar... ...auf ein paar Moto2-Rennen dann auch freuen. So, ich habe jetzt das gelbe Design wieder, ich glaube, was Potato Milch mit mir jetzt ganz sicher geschrieben hat, die neue ist besser oder das alte, ich weiß es nicht. Und der zweite ist leider entfallen, der geschrieben soll auf jeden Fall das alte Design behalten. Ja, ich bleibe jetzt noch einmal drauf und vielleicht beim nächsten Transferfenster, dass wir dann noch einmal... ...aber eigentlich sollte man doch in einem Design durchfahren, würde ich sagen. ...verlöschen für den Start, können die Fahrer in den ersten Reihen alles aus diesem Vorteil herausholen oder machen ihnen die Nerven zu schaffen. Ja, das werden wir gleich sehen, wem die Nerven zum Schaffen machen. Zarko da, hier noch hinten. Wir bleiben mal auf Mittel, obwohl Reifenverbrauchstechnisch gehen wir mal auf Hoch wegen Reifenverbrauch. Mittel war auch zwar okay. Okay, da sind wir eigentlich ganz gut weggekommen. Nein. Jetzt wollte ich dann nicht... Ja, schau mal. Ja. Und wie soll es anders sein? Was ist da passiert? Ich bin jetzt da. Bremse eh schon voll. Er zieht auch hier voll rein. Ich habe eigentlich meine Spur fast eh nicht verlassen. Hier müsst ihr mich eigentlich fast schon erahnen oder sehen. Sollte jetzt eigentlich nicht hier voll rein ziehen. Ja, gut. Wie gesagt, die ersten paar Kurven immer wieder ein Problem. Sorry, jetzt haben wir ihnen wieder einen Platz gekostet. Boah. Weil wir sind die ersten zwei, drei Kurven immer für ein Problem gehabt, dass ich dann nicht den Rücken durchs Reinkommen. Ich will auch nicht hier zu langsam fahren und die Plätze verlieren. Sollte jetzt auch einmal drin sein hier. Lorenzo auf der 3, geil. So, flüssen wir jetzt bald einmal hier ein bisschen drinnen. Wale hinter uns, noch einmal natürlich gute Besserung an Wale. So, mal auf P5 wird die erste Runde überstanden. Ja, die ersten paar Kurven gibt es immer wieder Kontakt. Da erfährt er irrsinnigerweise eine Kampflinie, obwohl er nicht muss. Jetzt schauen wir mal, wenn alle halbwegs ihre Positionen so gefunden haben. Ob wird er den Speed da mitgehen können da vorne. Wieder fast einen Ticken zu spät gebremst. Aber Pedrosa kann sich dann nicht durchsetzen. Warte mal aufpassen. Und dann, wo ist die Sorte? Und dann, wo ist die Sorte? Und dann, wo ist die Sorte? Okay, jetzt kommen wir mal hier an. Und dann, wo ist die Sorte? Und nicht den Rhythmus drehen gehabt. Den Gwolli hatte ich eigentlich ganz gut drehen, den Rhythmus. Sehr gut. Und nicht den Rhythmus drehen. 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 Es dauert immer so ein bis zwei Runden anscheinend. Ja, so lange kein Zweikampf ist. Ja, Gott sei Dank, sind wir hoch, hinten reifen, ja, gleich abgenutzt wie vorne, wenn nicht ein bisschen weniger. Ist es okay. Ja, Lukas hat sich vielleicht wieder erfangen, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Aber wenn ich da nicht zu extrem rein, nichts zu extrem, bin ich schon mal weggerutscht, oder nicht öfter rein hier, aber meistens außen am Körper. Oh, ich komme rein so ein bisschen näher. Schade, nicht ganz so geil rausgekommen. Vielleicht jetzt nächste Runde, oder wir finden hier wo eine Stelle. Jetzt wird es aber, glaube ich, schwierig. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Und wenn es ... verdone, Oma ... Er 않아! Ich denke. Ja, da kann er außen kontern. Und hier ist er, glaube ich, sowieso stärker. Auf der Bremse. Also auf jeden Fall, wenn er von hinten kommt. Ja, das war nix. Ah, genau, geiler Move, aber... Ah, am Ticken hat es doch nicht gepasst. Ah, da muss einiges passen, dass wir wirklich dran sind. Jetzt wird es wieder eng. Ich weiß nicht, die Bremse eh schon extra enttickt dann früher und trotzdem rutscht man in der letzten Bremsphase wieder noch näher ran an ihm. Ganz komisches Phänomen immer. Ah, da geht es immerhin noch ums Podium. Das wird die Jorke hier auch nicht so leicht hergeben. Das darf ja nicht wahr sein. Ja, das war im Prinzip mein Fehler. Deswegen spulen wir nochmal zurück für ihn. Ah, das ist ein bisschen blöd jetzt. Hier das zu probieren. Das wird ein bisschen offen. Jetzt könnte es aber gehen. Ah, wieder am Körb. Boah. Gib doch nicht auf. Jetzt schaut es besser aus, Freunde. Jetzt könnten wir hier in der Stadt ziehen. Jetzt kriegen wir auch den Windschatten. Wir haben ja nicht den nötigen Motor. Ja, jetzt könnte es passen. Markus kommt da mit Tobi nicht ganz mit. Bei seinem Heimrennen. Ja, Tobi, bärenstark hier auch. Wunderbar. Und zwar noch. Osterhagen. Eller nevla AG. Oder die, den wir hier auch schon. Lange geht. Der hat er nochmal gebrauchter. Und zwar noch. Also noch eine Wunderbar. Im dann haben wir einen Österhagen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sehr schön, B3 hier mit unserer Yamaha, auch wenn wir da ersten zwei Runden und mit Lorenzo ein bisschen Probleme hatten, ja im Zweikampf hier, weiß nicht, da habe ich noch nicht so ganz die Linie und die Stellen gefunden, wo wir dann am besten vorbeifahren, mit ein paar Berührungen immer, da bin ich nicht zufrieden, aber gut, Tobi gewinnt hier vor Marquez 41,5 für unsere schnellste Runde, die ist natürlich absolut top. Ja, Tobi jetzt an Taylor vorbei, wieder mit 95 Punkten. Tobi schnuppert da auch schon an Rossi wieder ran, naja, hoffentlich kann da Tobi noch das eine oder andere Rennen gewinnen, das fand ich jetzt sehr geil, dass er hier gewonnen hat. Mal schauen, was Tobi in den nächsten Rennen so bestreitet und wir hier, Freunde, am Podium. Ja, coole Sache. Ja, gratuliert bei den Zweikämpfen und in der Anfangsphase ein paar Probleme gehabt. Das muss ich noch ein bisschen verfeinern, das Ganze, in der Anfangsphase mal speziell. Ja, aber unterm Strich, Podium, das passt einmal. Hier schaut eigentlich auch alles ganz gut aus. Netto mit der Endplatzierung bin ich zufrieden. Startposition, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, und Taylor ist für mich eigentlich irgendwie zu schnell, zu stark geworden. Aber gut. Schauen wir uns noch weiter an, über 2 Millilie haben wir da schon auf der hohen Kante. Wunderbar. So, da ist definitiv was fertig geworden. Wunderbar. Wir entwickeln natürlich weiter. Motor entwickelt gerade Federung auch. Wenn wir noch den Rahmen gleich einmal fertig machen, dann sind wir die Saison hier mit unserer Yamaha definitiv einmal fertig. Und dann können wir uns entweder gleich ein Motorrad kaufen, oder können wir es uns kaufen überhaupt, weiß gar nicht. Und das gleich weiter für die nächste Saison, dann entwickeln, oder wie auch immer. Oder wir greifen nächstes Jahr mit der Yamaha noch um den WM-Titel an. Wird aber trotz allem, glaube ich, nicht einfach. Das sehe ich schon. Das, Freunde, wird nicht einfach. Also, Börne-Weltmeister, puh, ob wir das hier sehen werden, könnte schwierig werden. So, Rahmen. Acht Wochen kommen wir jetzt ein bisschen lang vor. Schauen wir da noch ganz kurz rein, ob da irgendwas fehlt. Motortechnik. Spremse. Spremse. Rahmen haben wir drin. Hm. Drei Wochen Rahmen-Forschungs-Bonus. Trotzdem dauert das acht Wochen. Naja, wird schon passen. Gut. Dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Das war's. Und wir sehen uns in Assen wieder. Uh, 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 uh. Da muss ich überlieben. Dass wir noch halbwegs dabei sind. Huh, das wird wieder lustig in Assen. Hei, hei, hei. Naja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao. Ciao.